Feelgood Management ist ein ganz einzigartiges Selfcare Programm, weil wir gleich sieben Bereiche des Lebens anschauen. Wir kümmern uns um Schlaf, Stress, Ernährung, Bewegung, wir kümmern uns um Hormone, um Gedankenmanagement und Zeitmanagement und das gibt Ergebnisse. Das Besondere an diesem Programm ist eben, dass nicht nur einzelne Bereiche kurzfristig angeschaut werden, sondern dass wir ganz komplex sieben Bereiche durchforsten und über zwölf Wochen eine neue Grundlage legen für ein fitteres, vitaleres, glücklicheres, schlankeres und schöneres Leben. Beim Feelgood Management gibt es drei Möglichkeiten. Die individuelle Einzelberatung, dann in kleinen Gruppen online wie offline oder eben das vollautomatisierte Online-Programm, wo man ganz alleine das Programm durchläuft und einfach nur immer seine Fragen beantwortet bekommt. Alle drei führen zu tollen Erfolge!